ja hallo und herzlich willkommen liebe freunde des guten geschmacks und herzlich willkommen zu einer kurzen kanalansage ihr habt bestimmt schon gemerkt der basti hat jetzt irgendwie schon drei tage keine videos hochgeladen das liegt daran dass ich mit dem hals um genau zu sein mit dem kehlkopf ganz massiv probleme habe ich hatte eine magenspiegelung letzte woche war das letzte woche ich glaube ihr seht meine birne die ist auch noch nicht so ganz auf dem dampfer und ja da haben die irgendwie glaube ich ein bisschen scheiße gebaut und irgendwie mein kehlkopf da so ein bisschen verletzt ich hatte dann nach dem eingriff halt schon irgendwie voll die krassen schmerzen also hals schmerzen halten und das ist wieder besser geworden und ist jetzt aber irgendwie weiß auch nicht wie weit es dann auch so ein bisschen mit den lps dann zu tun hat weil das natürlich einfach anstrengend ist wenn man eine halbe stunde oder oder länger sogar ja da auch ja mit dem hohen energielevel irgendwie spricht und da musste ich wieder niesen vor ein paar tagen und ja irgendwie hat das ganz komisch geknackst in meinem kehlkopf irgendwas hat sich da so verdreht keine ahnung hat da und ja das hat halt irgendwie bitterbös weh getan das ist am nächsten tag ist es dann schon merklich abgeflaut wieder aber ich möchte da einfach jetzt für eine weile mal die belastung gegen null schieben sozusagen und dazu kommt es irgendwie jetzt auch noch irgendwie mein ohr entzündet ist und ach keine ahnung irgendwie ist das alles gerade ganz schön scheiße halt ja deswegen pausiert der kanal jetzt leider es ist halt wie doppelt beschissen ich wollte ja mittwoch mit pathfinder kingmaker mit dem let's play start noch mit der extra die imperial edition geholt und habe mich doch mega darauf gefreut irgendwie das mit euch dann wie zu zocken das haben ja auch schon einige im discord nachgefragt wann das losgeht und so das tut mir echt ja super leid aber ich glaube ihr seid ja sowieso entspannt und versteht das natürlich auch dass da die gesundheit natürlich vorrang hat dennoch ich finde es kacke weil ich habe mich einfach mega mega krass auf dieses wirklich super viel versprechende spiel gefreut dann der andere punkt ist natürlich dass mein woher in the east let's play dann ja auch wieder ruht und ich daher sowieso schon hinten dran war ein bisschen es ist jetzt auch nicht so trage ich sag ich mal aber ich fand es irgendwie so geil an dem projekt ja das ist immer ja zum gleichen tag wie die damaligen geschehen ist dann irgendwie so oder die in game geschehen ist wie auch immer raus kam aber das lässt sich leider nicht aufrechterhalten ich weiß auch noch nicht wie lange ich jetzt den kanal hier passieren muss muss aber wird morgen mal zum doc gehen und da soll man mal irgendwie in den hals gucken und ja wie immer sagen was da los ist mir geht es selber total auf den sack muss ich sagen aber einfach keinen bock darauf krank zu sein natürlich dann ist es jetzt ja auch schon ein bisschen länger und ich hatte mega bock auf palfinder und ich hatte auch natürlich auch mega bock wieder für euch irgendwie neuen stuff zu machen und so aber ja das läuft ja alles nicht weg und ich werde mal gucken wie ich nächste woche so am start bin vielleicht liegt der kanal dann irgendwie noch mal eine woche oder so nur dass ihr informiert seid in der zwischenzeit könnt ihr haben wie beim tastenauer mal vorbeischauen oder ausgebrannt hat ein neues let's play neues hearts of iron display so und der flavius ist sowieso gewohnt gut also was jetzt nicht heißen soll dass die andere nicht gewohnt gut sind naja ihr wisst was meine meine birne ist auch einfach gerade nicht so startklar wieso ja ich will mich jetzt auch gar nicht so weiter versammeln deswegen schaut mal bei den jungs vorbei irgendwie in der zeit wo ich nicht da bin die bei mir in der empfehlungsliste sind da ist jeder einzelne ist da auf jeden fall blick wert und ansonsten ich hoffe ja dass ich das ganze paar feiner dinge oder so dann auch irgendwie nicht so weit ab nutzt oder so halt weil ich glaube wenn man es dann woanders schon guckt dann guckt man es halt wenn ich hier ist wirklich halt super schade finden weil ich mich wirklich total auf das spiel gefreut habe also ich gucke jetzt halt privat ein bisschen rein in das game wird es ein bisschen dadeln und mir schon mal überlegen was was nimmt man für eine klasse und die charakter erstellung ist ja völlig episch bei diesem spiel also ich mir gefällt es richtig gut ja von daher sobald ich fit bin startet dann pathfinder und dann startet auch erst mal nur pathfinder so fünf sechs folgen lang oder so und dann werden wir die ganzen anderen dinge wieder anleiern und so also ihr lieben ist reicht jetzt auch mit dem quatschen und ja drückt mir mal die daumen dass ich bald wieder am start bin und dann melde ich mich ansonsten ich habe schon immer mal wieder beim discord vorbei oder so und da werde ich da auch mal eine status meldung oder so bringen ich bin der basti ich bin hier raus